So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bühne Kraft Sky Wars Und ich glaube ich werde hier wieder verlieren Äh, ja Dann ziehen wir uns erstmal an hier, was wir alles haben Oh, das ist doch besser, als das was ich habe Ich habe eine Diamantspitze Schick, schick Jetzt fehlen noch jemanden Zack, einer Ui, das war's Boah, ich ging aber schnell Ja Da sind zwei Nein Ach, mal schauen, ob er Nächstes Runde rein kommt Oh, Sprenne Jo Jo Also Tut mir leid, dass ich jetzt das Video mache Aber Ich hatte irgendwie Probleme mit dem Computer gehabt Das ging nicht Und Ja Das wird jetzt mein Erstes und letztes Video dieses Wochenende Dieser Woche sein Denn Morgen werde ich wieder nach Hannover fahren Und Und Dann bin ich natürlich nicht zu Hause und kann mal wieder nicht spielen Und Dann bin ich natürlich nicht zu Hause und kann mal wieder nicht spielen Mein Urlaub Wo ich war In Lissabon Der war ganz schön gewesen Ich würde gerne da wieder hin fahren Zurzeit finden wir nur das nötige Kleingeld Aber Irgendwann Im Laufe der Jahre werde ich bestimmt noch mal hin fahren Und Wenn nicht, werde ich trotzdem hin fahren Ah Ich wurde gekickt Ich habe dort immer schönes Wetter gehabt Naja, was heißt schönes Wetter Da Es war warm Es hat aber auch geregnet Aber Das stört mich nicht Wenn es warm ist und es regnet Kann es auch ruhig regnen Wo geht es denn hier lang Ich bin mir im Zerhauen Ich bin mir im Zerhauen Warum dauert das so lange Warum dauert das so lange Oh Es wird da Aber Montag werde ich wie gewohnt weitermachen Also sprich Und Und Meine täglichen Games Wie Minecraft Abends immer Und tagsüber Ein anderes Zur Zeit bin ich hier noch an Besiege dran Wenn ich das erst noch weiter spielen Also morgen früh werde ich auch einmal besiege Machen Machen und dann werde ich Das braune Wolle hier oben Ja Ja Wie gesagt Morgen will ich nochmal besiege hochladen Morgen Gleich Oh Ich muss ja gleich schon wieder Los Ich besiege Hochfahren Und Hochfahren Hochladen und dann nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit Minecraft Abends Und Zurzeit besiege Spät Äh Früh Äh Ich bin schon ganz durcheinander Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal Ich kann nicht reden und spielen Das geht bei mir irgendwie nicht Das ist Katastrophe Naja Was soll's Ich bin hier auch nicht mehr der Jüngste Ich bin hier auch nicht mehr der Jüngste Doch Da war ich noch nie Warum war ich denn da noch nie Oh Oh Jetzt bin ich unten Hier war ich schon mal Eine Biene Eine Biene So Dann schauen wir mal Was war jetzt so schönes hier machen Ich denke mal wir werden jetzt gewohnt Ganz locker Easy Knopf nicht weg So Zack zack gewohnt So Rose Prost Eisenschuhe Goldschuhe weg Hab ich die Goldhose weggeschmissen? Ach ich trottel Sure Sure Oh, falscher Knopf, warum schmeiß ich das weg, ist das ganz weg, uah, ich träg noch nicht mal mein Schwert dann craften wir mal schnell eine Spitzacke warum drücke ich nicht immer den falschen Knopf, das kann doch nicht wahr sein das ist das ganz weg, das ist das ganz weg, das kann doch nicht wahr sein das ist das ganz weg, das kann doch auch nicht wahr sein, dass sich die Ärger Upsa ich hab ihn runter gehauen Das war nicht nett von mir oder? Sehr gut Pfi strip 종er Radie come Hier wieder Du bist le more ig und Du bist leit Vielen Dank. Und treffe ich den nicht? Mensch. Okay, da war ich schon der Dritte. Schau was aus, das Ende an dieser Runde. Es sind hier nur zwei Spieler da, da ist der eine, der mich gekillt hat. Und, wo ist der andere? Ah, da ist der andere. Ah, da ist der andere. Ah, da ist der andere. Was hat er nur noch gewonnen? Nicht schlecht. Das war es für das erste für heute und ich hoffe es hat nächste woche dabei wenn ich wieder spielen Minecraft und sonst werde ich jetzt besiege gleich hochladen in 3 stunden und ich lege mich nochmal hin ich werde 4 stunden schlafen und ja dann bis euch bis dahin und viel spaß und doch wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.